hallo bei conny canarias ja das ist das hotel schwarze adler und ich zeige euch mal unser schickes zimmer das ist sozusagen der vorraum josefa kämpfle 1851 ist alles schon ein bisschen älter hier sage ich euch aber ist alles nett gemacht so und hier geht es dann zum zimmer schön viel platz großes bett mit blick und hier nochmal ein blick direkt zur kerb die ja hier jetzt die nächsten tage stattfindet ja ist schön es ist alles da hier haben wir noch mal so ein kleines räumchen und hier geht es dann zum bad also mehr braucht man nicht für zwei nächte komplett ausreichend so das war es hier von unserem netten hotelzimmer und nochmal ein blick in den vorraum so und damit sage ich dann auch tschüss und bis bald und 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 und